So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Independence Day. Es ist der 4. Juli 2023. US-Börsen sind heute geschlossen. Wirklich Spektakuläres dürften wir nicht nur nicht erwarten in US-Equities, sondern auch nicht in den entsprechenden Futures, wie zum Beispiel im Nasdaq. Aber nichtsdestotrotz ist das ein relativ perfektes Umfeld, um sich mal einen Blick zu verschaffen in Bezug auf potenziell spannende Märkte, vielleicht für die kommenden Wochen, vielleicht für die kommenden Tage sogar schon. Und unser Fokus heute, der soll auf Bitcoin liegen. Bitcoin hat eine unglaublich starke Vorstellung auf eigentlich unglaublich schwache Nachrichten zu sehen bekommen, beziehungsweise es gab eine sehr starke News. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der BlackRock Bitcoin ETF, der gelauncht werden soll. Und dann letzte Woche am Freitag gab es diesbezüglich seitens der SEC eine Ankündigung, dass das unzureichend wäre, was dort an Antrag gestellt wurde, seitens BlackRock, auch glaube ich seitens Fidelity, wenn ich das mitbekommen habe. Und so, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, das hat kurzzeitig für einiges an Verstimmung gesorgt. Bitcoin hat in Folge dieser Ankündigung, vor einigen Tagen war es, einen starken Drive zurück in Richtung noch über 30.000 Dollar zu sehen bekommen, ein starker bullischer Push, der eines Dienstags war es, glaube ich, auf den Weg gebracht worden ist. Und dann wird das jetzt im übertragenen Sinne dementiert, aber nichtsdestotrotz, wir sahen nur einen kurzen Flasch und dann sind wir sofort zurückgekauft worden. Das ist eigentlich eine bärische News und auf diese bärische News kommt eine starke Reaktion. Das ist ein sehr, sehr starkes Signal und wenn man sich jetzt die charttechnische Konstellation in Bitcoin anschaut, diese enge Konsolidierung, dann haben wir vielleicht sogar ein potenzielles Breakout-Szenario, welches der Wegbereiter für einen Push tief zurück über 30.000, also in die höheren 30.000er gefiltert sein könnte, vielleicht sogar in Richtung 40.000 Dollar. Und genau darauf wollen wir heute einen Blick werfen. Bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick allerdings auf den Risikohinweis. Die Wiesen, CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man also mit dem Handel beginnt, erstelle man sein persönliches Risikoprofil und oder lasse das erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com kostenlos eine Demo herunter und teste den Handel risikofrei, kontaktiere auch gerne den Service Desk für weitere Informationen, auch dann eventuell, wenn man feststellt, das passt für ein Ausgehend vom persönlichen Risikoprofil im Hinblick auf ein Live-Konto. Wie gesagt, alle Informationen xdb.com.de. Darüber hinausgehend, ganz wichtig, alles was ich hier präsentiere, sind Gameplans, sind Gedanken, sind edukative Inhalte, Informationen, die ich zur Verfügung stelle, die ihr gerne für euer Trading nutzen könnt. Nehmt das bitte auch als solche wahr, nicht als Anlageempfehlung oder sonst dergleichen. Also ganz wichtig, wie gesagt, rein edukativ, rein informativ an dieser Stelle keine Anlageempfehlung. xdb, bester CFD-Broker des Jahres 2023, die Gründe dazu geführt haben, wie gesagt, einmal hier in der Mitte, einmal auch auf der Webseite zu finden. Darüber hinausgehend natürlich auch sicherlich ein Grund, der dazu beigetragen haben dürfte, die xStation an dieser Stelle, auf die wir uns jetzt hier einen Blick gönnen wollen und auf die wir einen Blick werfen wollen, gleich in Form des Bitcoin-Charts auf Tagesbasis. Ganz kurz vielleicht zur Zusammenfassung. Wir wollen jetzt keine Historie hier machen, den Kryptowinter in Anführungsstrichen nochmal auseinanderklamüsern, so möchte ich es jetzt mal vielleicht formulieren, mit diesem scharfen Push, den wir rund vor einem Jahr vielleicht ein bisschen mehr zu sehen bekommen haben, damals durch den Meltdown rund um FTX. Der eine oder andere hat das vielleicht mitverfolgt von der medialen Berichterstattung Sam Bankman-Fried und dergleichen. Und wir haben dann eine verhältnismäßig evolatile Phase zu sehen bekommen, über lange, lange Zeit, sah gar nicht gut aus, auch über das vierte Quartal, ganz besonders als wir anfingen, dann in Risiko-Assets, also wo man Bitcoin ja auch einordnet, beispielsweise Tech-Aktien und dergleichen, stärker bullische Entwicklung zu sehen zu bekommen, begannen Aufschläge zu sehen zu bekommen. Da hat sich Bitcoin lange, lange Zeit gezielt, aber dann sah Bitcoin einen verhältnismäßig starken Drive ins neue Jahr, 2023, hat seitdem eine sehr, sehr solide Performance hingelegt, also sehr solide bedeutet, seit Jahresbeginn, Year-to-Date, ist die Performance fast 100% Performance, die Bitcoin geliefert hat und wurde dann einiges volatiler und wir wollen uns aber jetzt hier auf diesen Bereich konzentrieren und die jüngste Price-Action, also erstmal grundsätzlich erkennbar, Bodenbildungsphase, die hier voranschreitet und auch ein deutliches Halten in dem Fall. Wir sehen hier einmal in orange, habe ich den EMA 50 auf Tagesbasis und dann habe ich hier einmal die 200-Tage-Linie und wir sehen also zum einen die Rückeroberung der 200-Tage-Linie, auch das EMA 50 auf Tagesbasis, ganz offensichtlich. Wir haben einen kurzen Pull-In gesehen. Auch hier in diesem Zusammenhang waren wir in der Lage, die 200-Tage-Linie zu halten. Also das sind insgesamt bullische Vorgaben. Der EMA 50 hält oberhalb des EMA 200. Das ist für mich erstmal grob jedenfalls eine Indikation, und das der Vorteil auf der Long-Seite ist. Und wie gesagt, dann kommen die fundamentalen News hinzu. Und dieser Treiber hier, dieser Push über die 28.000-Dollar-Markt, der war auch aus rein volumentechnischer Perspektive ganz interessant, wenn man das noch ein bisschen auseinander nimmt. Weil man hätte auf den Jahreshochskurs, also im Bereich, wo wir jetzt aktuell handeln, um rund 31.000 Dollar, hätte man einen Anker legen können, hat den Preis ankern können und hätte dann gesagt, der durchschnittlich jetzt vom Markt bezahlte Preis, wo lag der denn? Und der lag roundabout bei 28.000 Dollar Pi mal Daumen. Und als wir diesen Rückerobert haben, hier, also nahezu fast zusammenfallen mit dem EMA 50 an dieser Stelle, auch wenn das eine andere Art und Weise ist, sich den Kurs hier zu visualisieren, beziehungsweise diesen Break höher, diesen bullischen Modus zu visualisieren, haben wir gesehen, dass der Switch jetzt in Richtung Long geht und dass die Bitcoin-Bullen wieder in Anführungsstrichen in Charge sind. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellte, ist, was war der Treiber? Und es war ein fundamentaler Treiber. Es war nicht nur einfach eine News oder einfach ein technischer Breakout, sondern es war getragen durch eine Ankündigung, nämlich, dass ein Bitcoin-ETF gelauncht werden soll von BlackRock. BlackRock, wie gesagt, ist nicht einfach eine kleine Pommesbude oder sonst dergleichen. BlackRock ist eine Instanz und das bedeutet, etwas anders formuliert, man kann davon ausgehen, das ist ein Signal an die Kryptobranche, das ist eine Nachhaltigkeit, die man Bitcoin zugesteht oder das ist das, was zumindest hineininterpretiert wird, was insgesamt Bullishness nach sich ziehen sollte, weitere Bullishness, Kapitalzuflüsse in Bitcoin eben nach sich ziehen sollte. So, wir haben in Folge dessen weitere Aufschläge gesehen und konsolidieren jetzt, man kann es sehen, im Bereich der ehemaligen Hochs, vielleicht der neue Jahreshochs haben wir markieren können und dann, letzte Woche, am Freitag, kam plötzlich eine Hiobsbotschaft. Ich habe das hier geretweetet gehabt, von Ben Singer beispielsweise, ein toller Newsfeed übrigens, den ich empfehle zu folgen, bei Twitter beispielsweise für kostenlose Feeds oder beziehungsweise News rund um die Märkte insgesamt und da kann man sehen, SEC says, spot Bitcoin-ETF-Filings are inadequate, also sie sind nicht ausreichend oder inadäquat im Hinblick auf dieses Bitcoin-ETF-Filing seitens BlackRock und dann sagt hier der Regulator, also das ist die SEC, tells Nasdaq CBOE, also das ist die Optionsbörse hier in Chicago, beziehungsweise auch die Nasdaq, that recent filings from BlackRock Fidelity, also die jüngsten eingereichten Formulare, dass die nicht klar sind und auch nicht vollständig, beziehungsweise umfassend oder umfangreich genug, so möchte man es vielleicht formulieren. Ich, wie gesagt, finde es seltsam, also die Art und Weise, wie gesagt, wir sprechen bei BlackRock von einem Giganten im Bereich der Finanzmärkte, dass die einen unzureichenden Antrag stellen, kann ich mir bei solch einer auch, bei solch einer von vielen auch in dem Fall vielleicht Retail-Tradern betrachteten, also relativ großen Reichweite habenden Asset-Klasse wie Krypto, wie Bitcoin an dieser Stelle, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Es ist auch nicht näher spezifiziert worden, Fakt ist aber auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Charts nach unten, wir gucken uns mal ganz kurz an, was damit passiert ist. Das war die Kerze, Moment, das stimmt übrigens nicht, doch, das stimmt, Verzeihung, das stimmt, das war die Kerze, das war 15 Minuten, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich ab und an den Charts ein bisschen hin und her springe. Also von rund 31.000 Dollar sehen wir innerhalb relativ kurzer Zeit ein Flashdown von 2.000 Dollar am Freitag in den Abend hinein ins Wochenende, aber kein Follow-Through. Also wir werden sofort zurückgekauft und wir fahren jetzt im Bereich um die Ausgangsniveaus. Also das heißt, diese News wird komplett verarbeitet, sorgt für keinerlei Bearishness oder dergleichen, sondern ganz im Gegenteil, wird sofort zurückgekauft. Das ist auch ähnlich, möchte man sagen, wir erinnern uns ganz kurz jetzt daran, ich sagte gerade schon FTX, Kryptowinter, das war vor rund einem Jahr ein bisschen länger. Es gab einen starken Abwärtstrend und weitere Abschläge und weitere Bearishness in Folge der Entwicklungen im Bereich FTX damals. Wir hatten eine ähnliche Entwicklung, also ähnlich, ich will nicht sagen, dass es von der Größenordnung gleich ist, Coinbase, beziehungsweise Binance, klagen seitens der SEC im Hinblick auf deren Geschäftsmodelle, was die für Finanzprodukte anbieten, ob die überhaupt die Regulierung dafür erfüllen und dergleichen. Wie gesagt, darf arg bezweifelt werden, ob die SEC nicht genau wusste, im Hinblick ganz besonders auf Coinbase zum Beispiel, was die für Finanzprodukte anbietet, denn wir müssen uns immer erinnern, Coinbase ist 2021 im April an die Börse gegangen. Also das heißt, da hat die SEC auch mal drüber geschaut, was bieten die überhaupt an, was haben die überhaupt für ein Finanzprodukt, das die SEC nicht Wissen hat wollen oder Wissen hat können, was die für Finanzprodukte anbieten und dafür angeblich keine Regulierung haben und dann trotzdem zu sagen, aber ihr habt unsere Erlaubnis, unser Go, einen Börsengang auf den Weg zu bringen, ein IPO. Scheint sehr, sehr seltsam, ehrlich gesagt, zu sein. Aber Fakt ist auf jeden Fall, auf diese News gab es zwar einen kurzen Rücksetzer, aber nichtsdestotrotz, die 200-Tage-Linie in dem Fall, jetzt rein technisch gesprochen, konnte gehalten werden. Und wir haben dann ein bullisches Aufdrehen zu sehen bekommen. Anders formuliert, dieses Verarbeiten bärischer News, was eigentlich Abschläge in Bitcoin oder generell im Kryptobereich, im Kryptouniversum nach sich ziehen sollte, die aber sofort zurückgekauft werden, ist meiner Einschätzung nach ein sehr stark bullisches Signal. Und wenn ich das hier mit dieser Konsolidierung im Bereich um die ehemaligen Jahreshochs zu sehen bekomme, diese enge Konsolidierung, wenn wir jetzt mal auf die Stunde beispielsweise runtergehen, dann würde ich sagen, ist das, was wir hier gerade zu sehen bekommen, diese enge Konsolidierung, ist das eine potenzielle Breakout-Konstellation, die ich genauestens beobachten würde. Und zwar spätestens mit einem Break hier, über die 31.000, in dem Fall ist es jetzt 31.370, ich würde sagen, vielleicht würde ich noch mal ein bisschen aufrunden, 31.500 an dieser Stelle. Um der Gefahr auch so ein bisschen zu entgehen, dass wir Fakeouts nach oben zu sehen bekommen. Aber ein Break höher, könnte ich mir vorstellen, wird sehr wahrscheinlich mit stärkerer, weiterer bullischer Dynamik einhergehen. Abgesichert ist das Ganze über die Extremtiefs, hier von letzter Woche Freitag, diese Flashtiefs, also das ist ein ungefähres Risiko von rund 2.000 Dollar pro Bitcoin. Und würde dann auf der Oberseite gehen, mindestens von einem aufgeklappten, von einem aufgeklappten Kursziel, aufgeklappte Range, dann wären wir ungefähr in Gefilden um 33.500, 34.000 Dollar. Übergeordnet kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass dadurch weiteres Potenzial freigelegt wird, was uns in Bitcoin, bei solch einem Breakout-Szenario, bis in Gefilde hier, der ehemaligen Tiefs ungefähr führt, das ist ungefähr die Region 35.000, ja es ist ungefähr 34.500, darüber die 37.000er Region. Pi mal Daumen, dass das anzuwiesen in der Kursziele sind. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in einem dünnen Umfeld sogar squeezen, bis in Richtung des nächsten psychologischen Ziels, roundabout 40.000 Dollar. Also, heute Independence Day, 4. Juli, Equities unspektakulär, gar nichts wird da passieren, weil Handel findet gar nicht erst statt, aber man sollte dennoch einen Blick werfen auf Bitcoin und eventuell stehen wir hier vor einem dynamischen Break höher, der in solch einem dünnen Umfeld eventuell heute auf den Weg gebracht wird. Also, definitiv einen Blick wert. Wir hören uns morgen wieder. Happy Trading. Passt auf die Sops auf, habt euch wohl. Bis dann und tschüss.